Tommi Dittrich fragt Was war früher in der Schule euer Lieblingsfach? Ja, mein Lieblingsfach in der Schule irgendwie hatte ich da noch nie so wirklich eins. Am Anfang war Mathe auch echt kacke, hat dann aber erst in der Oberstufe angefangen richtig geil zu werden, dass ich da richtig abgegangen bin, nachdem der Lehrer dann gewechselt hat. Also Mathe war so eigentlich mein Lieblingsfach, auch wenn das viele nicht so verstehen können. Aber kann ich ganz gut, als Ingenieur auch ziemlich wichtig. Mein Lieblingsfach in der Schule war Biologie. Ich hab's mir gedacht, so was in der Naturwalschaft ist. Also ich fand das immer super spannend, wie so der Mensch die Kürfe funktioniert und Reize und Schmerzübertragung fand ich total geil. Hat auch Bio-LK. Ja, Biologie war super nice. Auch meine Lehrer war super nice. Weißt du, was du mein Lieblingsfach war? Pause. Okay, ähm... Kunst. Latein. Nein, ich hab's nicht gut. Mein Lieblingsfach war immer Griechisch. Ja, okay. Da sagst du mich was... Ich hab mir etwas ausgegeben. Ähm, ne, also Biologie und Kunst. Genau. Das ist doch Bescheid. Daher kommt noch die kreative Arme von Kelly. Kaxi. Bis zum nächsten Tag. Also mein Lieblingsfach war tatsächlich Mathematik und alle Naturwissenschaften. Und in Mathe, das ist kein Spaß, hatte ich auch regelmäßig eine Eins. Und weil ihr gerade schon Lieblingsfach fragt, mein schlechtes Fach war Englisch und Deutsch. Mein Lieblingsfach war Geschichte, weil ich Geschichte auch unglaublich interessant fand. Und Bio bis zur achten Klasse. Und scheiße, weil wir nur Pflanzbrüche immer haben. Und Pflanzen sacken unglaublich. Und meine Abschlussarbeiten... Alle männliche Regeln? Erbsen und so, voll geil. Und meine Abschlussarbeiten habe ich mit uns eine Geschichte geschrieben, wo so mündlich und so ein Scheiß. Und habe eins kassiert, meine Lehrerin hat geholt, weil sie gedacht hat, ich verkackt die Scheiße. Aber ich hab gerockt. Oder wie Chess. Ja. Deutsch! Mein Lieblingsfach war ganz eindeutig Bio. Ja. Hab Bioleistungskurs auch gehabt. Das hat halt echt mega Bock gemacht. Lieblingslehrer Tachermon. Was, äh... Ja, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar schon Rentner. Aber es war echt... Also, der hat einfach seinen, sag ich jetzt mal, seinen Biologieunterricht so durchlebt, ja, er war Biolehrer durch und durch. Der hat, glaube ich, macht er noch. Ich glaube, der hat auch sich relativ für den Naturschutz engagiert. Und, äh... Ja, wie gesagt, es hat halt echt Bock gemacht, wie ihn da mit Leidenschaft zu sehen. Und, ja, da ich halt schon voll beschädigt bin durch meine Tierarztfamilie, war natürlich Bio naheliegend. Also, dass das mein Lieblingsfach wird, ne? Mein Lieblingsfach war früher Latein. Und ein bisschen Biologie, aber auch nur wegen der Lehrerin. Nein, weil die nicht, nicht weil die heiß war, sondern weil ich die, ehrlich gesagt, ziemlich cool fand. Und Latein, weil es einfach mega Laune gemacht hat. Und, bis jetzt vorher wo ich bist.